Im nachfolgenden Film stellen wir Ihnen den Troja 2G Premium vor. Der Troja 2G ist mit einer Mercedes S-Klasse vergleichbar. Er ist ein Rwander, bei dem Ihnen eine große Auswahl an Zubehör zur Verfügung steht und eine verlängerte Herstellergarantie zugesichert wird. Durch einen Ambulator direkt zu montierendes Schloss ist der 2G besonders absicherbar. Seine schicke Optik und die weichen Griffe und Räder machen den Troja 2G Premium zu einem Ambulator der Luxusklasse. Auch weiteres Zubehör für Ihren Ambulator erhalten Sie bei uns. Untertitelung des ZDF für funk, 2017